Hi, schön, dass du wieder da bist, ähm, wundere dich nicht, Pilzi wurde leider ein bisschen angegriffen von Nami und Sanji und der hat jetzt leider ein paar Macken in seinem Hut, aber das tut ihm anscheinend nicht weh, denn er hört noch genauso gut zu wie vorher auch, er sieht nur ein bisschen angegritzt aus, aber das ist gar nicht schlimm, okay, ähm, der Hintergrund, das sind, ähm, Steroporkugeln und er hört wahrscheinlich schon wieder Nami und ich weiß gar nicht, warum die ankommt, die kommt immer an, ich hab die gerade eben noch gefüttert, ich glaub, sie ist weggegangen, hoffentlich lässt sie mich in Ruhe aufnehmen, gut, Steroporkugeln, ich red gar nicht mehr so lange, wir fangen einfach sofort an, ne? Ich hab die Karte, 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 Achtung, ich stelle das mal ein bisschen höher. Achtung, ich stelle das mal. Mit rechts kann ich das besser. Achtung, ich stelle das mal. 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 Wenn die Hände feucht werden, ist das nicht so gut. Ich stelle das mal. 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 Okay. Ich stelle das mal. Okay. Also machen wir weiter. Oh, ich probier mal was. Ich stelle das mal. Ich stelle das mal. Ich stelle das mal. Was ist denn? Ich probiere das mal ohne Pop Shots. Achtung. Das fände ich nicht so gut. Bin ich ehrlich. Weiß ich nicht. Vielleicht findest du es ja besser. Schreib mir das doch mal in die Kommentare, was davon dir am besten gefallen hat mit der Steppen. Augenblick. Feste. Oder das streicheln. Nami möchte gerne ein Schlafzimmer. Darf sie aber nicht. Oder ich hab ja auch mal was anderes gemacht, dass sie nun hier reichen. Das ist mein Schlafzimmer. Ich meine Kopfschlafzimmer. Ja, das habe ich alles gemacht. Und das übers Mikrofon streichen. Sagen wir doch mal bitte, was dir am besten gefallen hat. Das würde mich interessieren, weil dann kann ich nämlich ein ganzes Video nur damit machen. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war jetzt ein kleines Experiment und so ein paar Mysteroport-Dingens-Fusseln sind jetzt in meinem Mikrofon drin, aber es ist nicht so schlimm. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Das war ein kleines Experiment, wie gesagt. Habe ich vorher noch nie ausprobiert, aber ich finde die Geräusche irgendwie interessant, deswegen wollte ich es auch mal ausprobieren. Okay, ich wünsche dir noch einen entspannten Abend, eine entspannte Nacht und morgen früh einen entspannten Tag. Gute Nacht, 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 gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020